Bitte versprich mir, erzähl niemanden davon. Achmed Tahir? Ja? Wir brauchen Sie nur fünf Minuten auf dem Revier. Erst heißt es fünf Minuten, dann wird ein Jahr. In einer Stunde gehen Sie wieder nach Hause. Ich muss doch nicht so streng bewacht werden. Was soll das hier? Was wollen Sie? Ich gehöre aber nicht dazu. Warum stehen Sie dann bei dem? Gehen Sie zu den anderen. Halten Sie es hoch. Ein alter Mann wie du geht ins Gefängnis wegen 1.800 Dinar? Was hat dir der Anwalt gesagt? Welcher Anwalt? Also dann möchte ich bitte einen Anwalt. Wozu brauchen Sie einen Anwalt? Ich habe nur drei Monate gegeben. Hör mal, ich wurde verurteilt. Du wurdest... Was? Hallo? In diesem Land schaffst du alles auf die Krummeltur. Du darfst dich bloß nicht erwischen lassen. Ihr wollt das Licht? Hier ist euer Licht. Du wurdest dabei erwischt. Glaube mir, wenn du morgen rausgehst, wünschst du dir die Tage hier zurück. Zelle 6, Achtung! Stillgestanden! Achtung! Untertitelung des ZDF für funk, 2017